Die Kahn Ortfried Sperl hat am Palmsonntag Pfarrerin Anne Schneider und Pfarrer Volker Metzler in ihr Amt für die Erlösergemeinde eingeführt. Beide sind bereits in der Pfarrei bekannt. Die Gottesdienstbesucher begrüßten die beiden neuen Pfarrer mit großem Beifall. Mit einem kräftigen Ja mit Gottes Hilfe haben Anne Schneider und Volker Metzler ihre Bereitschaft, den Dienst als Pfarrer in der Erlösergemeinde zu tun und das Amt so zu führen, wie sie es in der Ordination versprochen hatten, angenommen. Auch der Kirchenvorstand war anwesend und hat der Aufnahme der neuen Pfarrer zugestimmt und ihnen Unterstützung zugesagt. Pfarrerin Schneider wirkt schon seit eineinhalb Jahren in der Erlösergemeinde. Bisher war sie Vertreterin von Pfarrerin Ursula Schwager. Ihre bisherigen Arbeitsschwerpunkte wird sie auch weiterhin behalten. Sie bleibt Ansprechpartnerin für den Oberlin-Kindergarten und für Altenheime. Pfarrer Volker Metzler ist im Moment für seine Promotion beurlaubt. Aber er kommt trotzdem all seinen Aufgaben wie Gottesdienste, Taufen und Beerdigungen nach. Alles ehrenamtlich. Anne Schneider und Volker Metzler haben beide Erfahrungen im Ausland gesammelt. Pfarrerin Schneider in Tansania und Pfarrer Metzler im Libanon. Davon kann die Kirchengemeinde auf alle Fälle profitieren.